Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video von mir und wer weiß es, wer kennt sie? Die liebe Melissa. Melissa. Und heute starten wir mit einer schönen Massage. Also erstmal trocken sozusagen, dann mit Öl und dann auch noch mit dem Crackling Body Mousse hatten wir schon lange nicht mehr, aber das ist dann auch immer so ein kleines Highlight. Und ich will gar nicht so lange am Anfang reden, sondern gleich starten in die Entspannung. Ihr wisst ja, dass ich immer damit anfange, meine Patienten oder eben meine Modelle zu entspannen. Und nicht gleich voll in die Tiefe gehe. Also ins Gewebe, in die Tiefe. Und so mache ich das auch jetzt natürlich. Ich fange mit sanften Streichungen an. Vielleicht nehme ich das Mikrofon sogar noch mal etwas anders, etwas näher an den Rücken. Aber ihr könnt mich trotzdem noch gut hören. Ich glaube, ich höre mich gerade minimal verschnupft an, aber habe ich gar nicht, weil ich war einfach nur gerade draußen mit dem Fahrrad und dann, ja, wird alles Mögliche mobilisiert in den Nebenhöhlen. So. Auch perfekt passend zur Massage, zur entspannenden Massage ist der Massageball. Der hat eben diese Noppen. Und da reicht dann auch ein leichter Druck. Es reicht ein leichter Druck, um die Entspannung zu bekommen. Und dann wird auch direkt müde. Und gut, dass ich etwas entspanne kann. Es ist jetzt halb zehn Uhr morgens, an einem Dienstag. Und wir hatten schon ganz viel Aufregung. Ich hatte nämlich schon einen Patienten. Und als ich das Studio aufgesperrt habe, haben meine Kollegen und ich gemerkt, wie das reingebrochen wurde. Aber ich möchte jetzt darauf gar nicht mehr eingehen, weil solche Geschichten können einen nämlich auch immer stark mitnehmen. Also vielleicht manche von euch nicht und manche von euch mehr, manche weniger. Und das kann dann auch euer Befinden, euer Wohlbefinden beeinträchtigen, wenn ich euch jetzt etwas emotionales erzähle. Und deswegen, es ist alles gut und geregelt. Nur ist es wahrscheinlich klar, warum ich ein bisschen noch unter Strom stand. Aber ich kann sowas inzwischen sehr gut abschütteln und... So, jetzt geht's weiter. So, jetzt geht's weiter. Mit Öl. Back to the Roots mit Kokosöl. Es sitzt nur noch relativ fest, weil heute ist der Keller wieder kühler. Es hat nicht die ganze Nacht geheizt, so piep im letzten Mal. Das war echt heiß hier drin. Aber jetzt... Ihr habt ja bestimmt schon gemerkt, dass ich heute eher eine Wellness-Massage mache. Aber das ist ja auch immer wieder schön. Aber das ist ja auch immer wieder schön. Ich glaube, die letzten Massagen waren eher so medizinisch... Also mit medizinischem Aspekt. Was mich natürlich nicht daran hindert, euch zu erzählen, was ich mache. Jetzt erstmal auf der rechten Seite der Wirbelsäule runter. Wir haben auch gerne immer meine Knöchel, weil man so viel manuell arbeitet. Und dann geht es irgendwann auf die Fingergelenke. Ja. 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 Ich hoffe, ihr hört die sound so gut wie ich! Gerade hört man's richtig gut. Ich weiß immer gar nicht, wovon das abhängt, dass man's dann laut hört. Kommt irgendwie auch so auf den Hauttypen drauf an, hab ich's gefühlt. So, jetzt geh ich auf die andere Seite. Die sehe ich schon mal mehr. So, hier unten. Und ja, die untere Rückenfaszie, die wird einfach sehr gerne sehr fest. Gerade eben für Leute oder bei Leuten, die viel sitzen, dann so aufrecht sitzt. Dann muss hier hinten einfach immer ne große Anspannung her, um uns zu stabilisieren. Weil alles hier vorne ist meistens weniger stabil. Und deswegen bin ich so sinnvoll ausgedrückt. Also, wenn wir aufrecht sitzen, ist meistens der Bauch eher locker, der Bereich. Und hinten eher fest. Aber es gibt immer Ausnahmen. Das ist nicht allgemeingültig, was ich hier sage. Und es gibt durchaus auch Verspannungen, die man im Bauchraum haben kann. Aber eine längere Immobilität, und dazu gehört nicht nur den ganzen Tag liegen, sondern auch, wenn ich im Büro sitze und nach Hause gehe und dann noch mehr sitze, und dann fahre ich ins Bett und liege da und jetzt bin ich auf meinem Handy. Dann werden auch die Muskeln und die Faszien ganz schlecht durchblutet. Und ich glaube, das habe ich euch noch gar nicht erzählt, weil oft erzähle ich euch ja die gleichen Sachen. Aber ich weiß nicht, ich erzähle es euch trotzdem. Und zwar, wenn wir den ganzen Tag sitzen und uns nicht bewegen, ist das für unser Nervensystem, immer dieses Nervensystem, ein Zeichen von Gefahr. Wie so ein Freeze-Zustand. Weil wir sind ja dazu gemacht, uns zu bewegen und auch von unseren Gefahrenquellen, von unseren Stressquellen weg zu bewegen. Und was hat das jetzt mit Muskeln und Faszien zu tun? In den Muskeln und Faszien, aber vor allem sogar in den Faszien, da sogar am stärksten, gibt es eben viele Rezeptoren, die dem Gehirn melden, dass man sich nicht bewegt. Also aufgrund geringerer Durchblutung werden die Chemosensoren zum Beispiel aktiviert. Und aber auch die Sensoren für Stellungs- und Bewegungssinn, dass sich eben nichts bewegt. Und dann denkt das Gehirn, okay, wow, Gefahr. Weil wir sind im Freeze-Modus, wir können nicht flüchten, wir sind immobil. Und dann erhöht sich unser Stress und unser Nervensystem wird weiterhin überlastet. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch mit unseren Muskeln und Faszien arbeiten. Und tatsächlich kann das durch Massage sein. Weil klar, jetzt ändert sich nichts im Stellungs- und Bewegungssinn. Aber zum einen werden die Druckrezeptoren durch meine Hand aktiviert und Druck überlagert, zum Beispiel Schmerz. Und durch die Massage wird die Durchblutung angeregt, was wiederum eine positive Rückmeldung ist. Weil Minderdurchblutung ist eine negative. Genau. Und neben der Massage kann man eben auch Muskel- und Faszientraining machen. Und wie gesagt, in den Faszien sind noch viel, viel mehr. Ich weiß gar nicht, wie vielfache Anzahl an Rezeptoren in den Faszien sind. Aber es sind wirklich viel mehr. Deswegen bietet sich auch für viele Leute ein spezielles Faszientraining an. Und was unterscheidet jetzt Muskeln- und Faszientraining? Die Faszien ziehen wie ein Netz durch den ganzen Körper. Und es gibt nicht, ah, die Faszien geht von da nach da, weil die ist so verflochten mit allen, um alle Muskeln, um alle Blutgefäße, um alle Organe und so weiter. Das heißt, auch größere, mehrgelenkige Übungen sind für die Faszien sehr gut. Also solche, zum Beispiel Pilates-Flows, Yoga-Flows. Also da auch mal viel in Bewegung mit dem ganzen Körper. Vielleicht mache ich da auch mal ein Video zu. Mal schauen. Und... Aber auch Sprünge. Schwünge. Alles in die Richtung. Genau. Also, da reicht noch ein paar Minuten so einen schönen Abendflow. Ich habe euch auch so eine Routine aufgenommen. Das ist auch für die Faszien sehr gut. Vielleicht mache ich mal auch so einen Morningflow. Einfach so fünf Minuten, wo man dann energetisiert und entspannt in den Tag startet. So. Jetzt haben wir die Durchblutung. Gut. Erhöht. Und jetzt kommt endlich das Body Moves. Wahrscheinlich bald so viel Wert wie Gold. Weil es aus dem Sortiment geht. Und das Crickling Body Moves. Ich habe den Fokus ausgestellt, damit es nicht immer unscharf wird. Damit es nicht immer unscharf wird. So. Ich habe den Fungs. Und dann brauche ich einen Zagor aus. Ich habe den F Wald loin. Spannend mich action. Ich habe ihn Sawmer seinen Darmal habe gesehen. Spannend mich etwas um dichot section. Ich habe ihn mit verd� bye. Töten Ich liebe diese Ich will immer gar nicht so viel dazu sagen, weil die sind einfach so speziell, so intensiv und immer wieder knallt es nochmal kurz. Okay, eine kleine, eine kleine, kleine, kleine Runde noch zum Ablohnen. Ja, es sind schon wieder 20 Minuten Drehzeit vorbei. Ich kann es auch mal nicht fassen. Zwei. Drei. 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 Herzlichen Dank! So, ich schaue gerade, ob ich hier noch eine Tuche habe, weil ich würde jetzt gerne noch abnehmen, die... So, jetzt werde ich noch das Ganze kurz abnehmen. Ich finde einfach die Saunzu in dem Handtuch auch immer so schön. So, jetzt werde ich jetzt die Saunen. Gut, meine Lieben, dann wünsche ich euch eine gute Nacht, wir drehen jetzt noch ein Pack Scratching und Tracing und sowas, also könnt euch schon mal auf das nächste Video freuen, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.